wo ist er hin? er fliegt 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 sebastian du musst weg die zone der ist bei mir der ist bei dir sebastian hinter dir hinter dir ja bro hinter dir ober dir er fliegt er springt er taucht einer lebt noch ja ich bin mit da ungegangen sehr schön du hast drei verschiedene sachen gesagt er fliegt er ist über dir er ist hinter dir unter dir ja er ist geflogen er war über dir und dann ist er hinter dir gesprungen